Im kleinen Dorf Nussbach lebte ein quirliges Eichhörnchen namens Flocke. Anders als seine Nuss sammelnden Artgenossen, liebte Flocke über alles Eiscreme. Erdbeere, Schokolade, Vanille Flocke kannte alle Sorten und seine Nase begann zu tanzen, sobald er auch nur den Hauch von süßer Sahne roch. Eines besonders drückend heißen Tages hüpfte Flocke mit einem leeren Magen durch den Wald. Die Sonne brannte vom Himmel und Flocke sehnte sich nach der cremig-kühlen Erfrischung. Im Wald summten die Bienenträge und die Vögel versteckten sich im Schatten der Blätter. Endlich erreichte Flocke die Lichtung am See, wo sein Lieblings-Eisverkäufer, der freundliche Herr Eisbär, seinen Eiswagen geparkt hatte. Bunte Eisbecher leuchteten auf dem Wagen und Kinder jauchzten vor Freude, während sie auf ihre Bestellungen warteten. Flocke drängelte sich mit hungrigen Augen an die Theke vor. Herr Eisbär, Herr Eisbär, rief er aufgeregt. Bitte, bitte, eine Kugel Schokolade und eine Kugel Erdbeere. Herr Eisbär schmunzelte. Ja, ja, mein kleiner Freund, sagte er bedächtig. Aber sag mir erst, was das magische Wort für Eiscreme ist. Flocke dachte angestrengt nach. Er kannte so viele magische Worte, bitte, danke, guten Tag, auf Wiedersehen. Welches brauchte man denn für Eiscreme? Plötzlich erinnerte er sich an das Wort, das er mal von den menschlichen Kindern aufgeschnappt hatte. Zauberwort, rief er stolz. Herr Eisbär lachte laut. Na endlich, Flocke! Da hast du ja dein Eis! Er schöpfte zwei riesige Kugeln, Schokolade und Erdbeere, in einen Becher und reichte ihn Flocke hin. Flocke konnte es kaum erwarten, endlich in die kühle Köstlichkeit zu beißen. Doch als er voller Vorfreude den ersten Löffel Schokoladeneis zum Mund führen wollte, geschah etwas Unglaubliches. Die Schokoladenerkugel verwandelte sich plötzlich in einen kleinen, flauschigen Hasen. Flocke starrte mit offenem Mund auf den Hasen in seinem Eisbecher. Der Hase blinzelte ihn mit kohlerrunden Augen an und knabberte neugierig an seiner Schokoladenenpfote. Anstatt Eis zu essen, bekam Flocke jetzt einen kuscheligen Freund. Flocke kicherte. Der Hase war so zuckersüß, dass er ihn unmöglich essen konnte. Er beschloss kurzerhand, den Hasen mit nach Hause zu nehmen. Da der Hase aus Schokoladeneis entstanden war, taufte Flocke in kurzerhand Schoko. Von diesem Tag an waren Flocke und Schoko beste Freunde. Sie spielten zusammen im Wald, Flocke baute Schoko kleine Häuschen aus Ästen und Blättern und Schoko knabberte an Nüssen, die Flocke für ihn versteckte. Manchmal, wenn Flocke Lust auf Erdbeereiscreme hatte, kaufte er sich zwar eine Kugel, aber die rührte er nie an. Er hatte Angst, dass sich auch die Erdbeere in ein kleines Tierchen verwandeln würde, mit dem er dann nicht spielen konnte. Eines Tages, als Flocke und Schoko im Wald spielten, begegneten sie Füchslein Finny. Finny war müde vom Herumtollen und fürchterlich hungrig. Als er Schoko sah, bekam er große Augen. M-M-M-M-H, dachte Finny, ein Schokoladenhase, das wäre jetzt genau das Richtige. Flocke bemerkte Finny's gierigen Blick und wusste sofort, dass er handeln musste. Er stellte sich mutig vor Schoko und bellte Finny an, so laut er konnte. Erschrocken von dem plötzlichen Gebell, stob Finny davon. Puh geschafft! Flocke und Schoko waren außer sich vor Freude, dass sie dem hungrigen Fuchs entkommen waren. Sie umarmten sich fest und versprachen sich, immer aufeinander aufzupassen. Obwohl Flocke kein Eis mehr essen konnte, ohne Angst vor tierischer Überraschung zu haben, bereute er seine Freundschaft mit Schoko keine Sekunde. Denn wahre Freundschaft ist doch viel wichtiger als jede Süßigkeit, oder? Ende Möchtest du noch tolle Geschichten aus der Welt des Geschichten bot? Du fandest diese Geschichte interessant? Dann freuen wir uns über deinen Daumen hoch, Klick oder ein Teilen des Videos.